Hallo ihr Lieben, ihr hört wieder eine neue Folge von Intim, dem Sex-Podcast von eis.de und ich liege hier wieder zusammen unter unserer gemütlichen Kuscheldecke mit dem Ben. Hallo ihr Lieben, hallo liebe Nadine, schön, dass du wieder unter unserer Kuscheldecke liegst. Ja. Ich stelle mir gerade folgende Frage, oder vielleicht wäre das ja auch mal interessant für die Hörer und Hörerinnen. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Haben wir uns gematcht? Nee, tatsächlich haben wir uns nicht gematcht. Ah, wir haben uns nicht gematcht, aber das macht man heutzutage fast immer, habe ich das Gefühl. Aber wir haben uns trotzdem über so eine Plattform kennengelernt, allerdings war es Social Media. Social Media, nicht Online-Dating-Media. Ja, genau, du sagst es. Aber apropos, da haben wir ja schon unser Thema für heute und zwar wird es um Online-Dating gehen. Was für ein Einstieg von mir, ne? Der war richtig gut. Ja, der war nicht so schlecht, hast du recht. Datest du denn online? Ja, fangen wir erstmal so an, Online-Dating. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich meine, es hat ja nicht umsonst eigentlich eher einen sehr negativen Ruf, kann man das so sagen? Also, ich bin die Fraktion, ich hasse es. Du hasst es, ah okay, ja gut. Nee, dann fangen wir doch vielleicht echt mal mit meiner Seite an, wie du gerade schon fragtest. Ja, ich date tatsächlich online. Aktuell leider eher weniger, das liegt aber eher in diesen komischen Corona-bedingten Umständen. Aber ja, generell finde ich das eigentlich eine ziemlich, ja, eine ziemlich coole Sache, was ich anfangs gar nicht gedacht hätte. Weil? Ja. Was magst du denn daran? Also, was ist schön am Online-Dating? Wow, wenn ihr sein Gesicht sehen könnt. Das ist irgendwas zwischen kompletten Entsetzen und radikaler Verwirrung. Ich glaube, es ist auch pure Verzweiflung einfach. Unpure Verzweiflung, ah okay. Okay. Ja, was ich daran mag, ganz einfach. Also, es ist natürlich eine super gute Möglichkeit, irgendwie schnell, leicht, unverbindlich, überall auf der Welt Menschen kennenzulernen. Also, ich beziehe das jetzt mal darauf, ich bin selbst vor einem Jahr circa von Köln nach Berlin gezogen und habe den Winter über super viel gearbeitet. Ich hatte dementsprechend jetzt nicht irgendwie die Zeit, den ganzen Tag in irgendwelchen, ja, Spots abzuhängen, wo ich hätte irgendwie Menschen kennenlernen können. Und da habe ich mir gerade so mein erstes kleines Umfeld sozusagen, soziales Umfeld in Berlin, habe ich mir tatsächlich über Dating-Apps aufgebaut. Also, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ich da einen Menschen kennenlerne, der mein Freund werden soll. Das kann ich nicht glauben. Also, ich glaube dir das, dass du das sagst, aber ich finde es kurios. Also, ich würde diese App nie benutzen oder irgendeine von diesen ganzen Online-Dating-Netz, Tinder, OkCupid und den ganzen Kram, um Freunde kennenzulernen. Ja gut, ich meine, das war natürlich jetzt nicht von vornherein die Intention. Also, das war zum Beispiel, ist da ein Herr bei, wir haben uns zwei, dreimal getroffen, wir hatten auch mal was, haben dann aber recht schnell gemerkt, so krass, wir sind nicht unbedingt auf der romantischen Ebene so gut zusammen, sondern eher so auf der Kumpel-Ebene. Oder das Gleiche auch mit Frauen, die ich getroffen habe. Es ist teilweise sogar nicht mal dazu gekommen, dass wir irgendwie was miteinander hatten. Also, die Intention, klar, die war da, deswegen ist dieses Treffen entstanden. Aber der Vibe hat halt einfach nicht auf dieser Ebene harmonisiert und am Ende des Tages waren wir halt dann einfach, ja, was heißt Freundin, das hat sich dann entwickelt halt über die Zeit. Aber es geht grundsätzlich, also sind wir mal ehrlich, schon um Sex. Würde ich auch wieder sagen, ist bei jedem beziehungsweise jeder anders. Ich meine, klar, so die ursprüngliche Motivation dieser App ist es natürlich, irgendwie einen Dating-Partner zu finden, einen Sex-Partner oder auch eine Beziehung. Also, es geht ja auch nicht nur um Sex, das heißt ja auch Online-Dating, das heißt ja jetzt nicht Online-Fucking. Online-Fucking, ja. Es gibt ja auch, ich meine, es gibt ja auch explizite, wo ich finde, dafür Heteros ganz wenig oder eigentlich gar keine. Zumindest keine, wo Männer bluten müssen, also monetär. Da reden wir, glaube ich, noch drüber, ob man, wie schlimm das alles ist. Ich finde, Männer müssen immer für Geld bezahlen für so eine Sex, also für so eine Dating-App. Ja, das ist halt das Ganze, was, finde ich, Dating-Apps auch schon so ein bisschen in Verruf bringt. Da hast du recht, weil an und für sich, wie gesagt, die Intention ist es, dass Menschen zueinander finden und ja, vielleicht sogar füreinander bestimmt sind. Wenn wir jetzt mal hier an diese ganzen tollen Werbespots à la Pasha whatever denken, so aus den anfänglichen, späten 2000ern. Alle elf Minuten verliebt sich jemand in mich. Genau, zum Beispiel. Und ja, jetzt so nach und nach hat man dann doch mittlerweile gemerkt, krass, die Leute, die springen natürlich irgendwo drauf an. Ich meine, die Nutzerzahlen bei all diesen Apps sind unglaublich. So sei es jetzt Tinder, OkCupid, Bumble, whatever, ich weiß nicht, was du noch alles so... Ich hatte dir vorhin mal kurz von ONCE erzählt, ne? Das war aber auch ein dämliches Format. Du hattest wirklich nur einen Tag Zeit und hast nur eine einzige Person gesehen. Ja, aber das ist doch interessant. Das wirkt ja schon fast wieder wie so eine Gegenbewegung zu den anderen Dating-Apps, wo es ja darum geht, eher in kurzer Zeit super viel Masse zu akquirieren, in der Hoffnung, dass man dann da noch möglichst viel Sex irgendwie rausschlagen kann. Aber es hat nicht funktioniert. Okay, es hat nicht funktioniert, ne? Aber ich meine, gerade so aus diesem Denken hat ja, ja, gerade Tinder, Lovo und Co., die ja so ein bisschen mit unserem Bedürfnis nach Nähe spielen, die haben da natürlich auch schnell Sex als Ware draus gemacht, ne? Ich meine, oder wie geht's dir, wenn du jetzt hin und her swipest und du wirst eigentlich in einer Tour aufgefordert, irgendwelche Abos abzuschließen, damit du monatlich mehr Superlikes kriegst, damit du die Chance hast zu sehen, wer dich bereits geliked hat, und damit du auch eine höhere Reichweite erzielst. Also ich meine, ich stelle jetzt mal eine sehr gewagte These auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also ich hatte diese Diskussion tatsächlich vor circa zwei Jahren mit einem guten Freund von mir aus Hamburg, wieben groß an dich. Und ja, der ist tatsächlich ziemlich explodiert. Ich finde das, ehrlich gesagt, eigentlich völlig legitim, das zu denken. Und zwar, ja, gerade, nehmen wir jetzt mal hier Tinder Premium, du bezahlst Betrag XY und hast dann, wie gesagt, super viele. Der ist auch übrigens, da möchte ich kurz, der ist immer unterschiedlich aufgrund deines Handys und deines Nutzungsverhalten in anderen Momenten, ne? Also verschiedene Leute werden verschiedene Preise angezeigt. Das ist richtig dreckig. Die sind richtig fies. Woher weißt du das? Das habe ich mal gelesen. Beziehungsweise habe ich es auch mal festgestellt, weil ich mein Handy mit einem Handy vom Kumpel gleich, also wir hatten das nebeneinander und beide wurde uns dieses Angebot gemacht und es sind unterschiedliche Preise gewesen. Das ist halt schon richtig asozial, ne? Krass, ja? Also ich finde zwei Klassen Internet ja schon grausamer, oder was? Wenn Menschen direkt von vorne rein... Aber das ist ja überall so, also, ne? Wenn du irgendwie auch Reisen buchst und so ein Kram. Aber wie auch immer. Naja, ne gut, auf jeden Fall war dann am Ende meine These so, nachdem er halt erzählte, ey Nadine, voll cool, seitdem ich mir hier Tinder Premium geholt habe, habe ich im Schnitt einmal die Woche Sex mindestens, weil im Gegensatz zu vorher habe ich zehnmal mehr Matches, fünfmal mehr Superlikes, bla bla bla. Ja, und dann meinte ich halt nur, okay, das heißt, am Ende des Tages zahlst du eigentlich für Sex, wenn du jetzt mal ehrlich bist. Das ist ja natürlich nicht das Gleiche, als würdest du zu einer Prostituierten gehen, aber vom Prinzip her schon. Voll. Danke. Ja, bitte. Danke. Aber das war jetzt einfach. Also, ich glaube, die Frage ist halt auch am Ende des Tages, so als Mann, ich weiß nicht, wie das als Frau ist, aber ich habe das Gefühl, am Ende des Tages, das ist jetzt sehr pauschal, ein bisschen übertrieben, aber bezahlt man auf irgendeine Art und Weise immer für Sex? Ich glaube, auch beide Parteien, ne? Sei es jetzt irgendwie durch Geld, monetär, wenn ich die Frau einlade, also ich bin jetzt mal in diesem alten Klischee behafteten Ding, wenn ich die Frau einlade, schick ins Restaurant, ins Kino, Ja, genau, oder auf einen Drink oder whatever. Taxi zahlen. Ne, dann, genau, dann bezahle ich ja schon irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Ich kann natürlich auch mit meinen Gefühlen bezahlen, ja? Oder mit meinen Hoffnungen und meinen Erwartungen, um das jetzt mal weiter zu spinnen. Aber, ja, definitiv, ne? Also, das ist auf jeden Fall krass. Und ich finde, die sind auch erdreist und frech. Die spielen auch mit unseren männlichen Gefühlen. Wir haben ja auch nur eine begrenzte Anzahl an so Superlikes und so einem Kram, ne? Ja, bei euch, das ist ja eh noch mal viel krasser. Deswegen, mir wurde das auch nur erzählt. Also, ich als Frau, gut, dazu muss ich sagen, witzige Geschichte, bin seit zwei Jahren gesperrt auf Tinder. Ja, stimmt, das ist auch lustig. Und das nicht, weil ich Muschi-Pics verschickt habe. Das direkt vorneweg. Hast du jemals einen Vulva-Pic verschickt? Sei ehrlich. Ja, ohne Kopf natürlich. Ja, natürlich, wenn, dann ohne Kopf. Ja, also, wer das macht, das ist wirklich Anfänger. Aber das war gewollt. Also, das wurde angefordert. Das wurde in Auftrag gegeben. Du hast nicht ungefragt einfach deine Pussy verschickt. Ehrlich nicht, sag mal. Das macht nur noch heute Tage so. Nee, ich hatte so eine Erziehung früher, die war so ganz gut eigentlich. Und ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Wir schweifen ab. Ja, wir schweifen es öfter ab. Also, ich habe letztens auch mitgekriegt, aber du siehst jetzt ein Bild von einer relativ attraktiven Frau, würde ich sagen. Und dann wird dir direkt angezeigt, oh, Madame oder die Frau XY ist sehr begehrt, willst du nicht ein Super-Like geben? Und du hast ja nur ein Super-Like alle 24 Stunden. Und dann bist du sozusagen gezwungen, dafür Geld zu bezahlen. Und ich habe mir immer gesagt, damals schon, ich werde nie für Sex bezahlen. Niemals. Also, ich war noch nie bei einer Prostituierten oder habe auf irgendeine Art und Weise Geld für Sex ausgegeben. Was nicht heißt, dass das verwerflich ist. Um Gottes Willen, das ist vollkommen legitim. Aber eben, im Endeffekt habe ich es doch, weil wie oft habe ich einer Frau einen Drink ausgegeben, irgendwie in der Hoffnung oder mit dem Unterschwelligen oder mit dem Unterbewusstsein. Ja, zum einen irgendwie, das gehört sich halt so. Und natürlich, das wirkt gut und wir werden halt Sex haben. Und ich hasse diese, habe ich erwähnt, dass ich diese Dating-Apps nicht mag? Und heute wieder Tinder, also wirklich, heute Morgen habe ich Tinder deinstalliert. Wieder mal. Aber dich nicht den Account deaktivieren, du hast dich? Ja, natürlich, das macht man nicht. Man deaktiviert den Account natürlich nicht. Man ist ja nicht irre. Dann wird man nämlich gesperrt. Passt auf, Leute. Das auch. Und bei OkCupid finde ich das ja super. Da hat man so zig Fragen, die man beantworten kann. Und die würde ich ja nie löschen. Das ist ja Quatsch, das war richtig viel Arbeit. Ich habe da fast 500 Fragen beantwortet. Ja, und das finde ich aber ganz cool, weil der Unterschied ist hier bei Tinder, wie du gerade schon sagtest. Dann wird dir irgendeine Frau gezeigt und dann hier XY ist sehr begehrt. Möchtest du sein, dein Super-Like geben? Bei OkCupid hast du ja zum Beispiel durch diese ganzen Fragen im Vorhinein, hast du ja schon die Chance, dass der Algorithmus dir jemanden zuspielt, der ähnlich geantwortet hat. Aber gut, bevor wir jetzt hier zu viel, einfach nur Promo für diese ganzen Apps machen, meine andere Frage. Nein, das ist ja okay, legitim. Also ich finde ja, Dating-Apps sind schon legitim, aber sie nerven mich. Also sie regen mich halt auf. Nee, ich meinte jetzt nur, bevor wir weiter jetzt einfach über die einzelnen Apps sprechen müssen. Genau, bei Dating-Apps. Ich finde das ja ganz interessant, auch einfach diese Wandlung, die das durchgemacht hat. Ich meine, wir beide, wir sind jetzt um die 30 Jahre alt. Wir haben das ja auch noch mitgekriegt, so wie das halt anders war. Also gerade früher, wo man halt noch im echten Leben Menschen kennengelernt hat oder vielleicht Bekannte über Freunde oder als man noch weggehen konnte. Auf Arbeit? Prä-Corona. Oder da Menschen gesehen hat. Ich weiß, was du meinst. Und da war das ja eher dann so ein bisschen verrufen, wenn es hieß, ja, ich habe meinen neuen Partner über eine Dating-App kennengelernt, weil dann hat das schnell so ein bisschen diesen Eindruck gemacht, okay, über eine Dating-App, die Verbindung kann man entweder A, nicht ernst nehmen oder ja. Das wurde belächelt. Genau, ne? Das weiß ich noch. Und deswegen, kennst du noch die Sprüche, ich hätte dich auch lieber im Supermarkt kennengelernt oder so, haben da ganz viele früher in ihr Profil geschrieben. Genau, eben. Oder, ja, wir müssen unseren Kindern nicht erzählen. Genau. How I met your mother on Tinder. Und heute ist es total gang und gäbe und ich habe meine Freundin ja auch über Tinder kennengelernt. Ja, ich meine Ex-Freund damals auch tatsächlich. Und wir haben uns lustigerweise, ist dir das mal auch, wir haben uns noch nie gematcht auf Tinder. Aber du hast Dating-Apps nochmal ganz kurz so nebenbei. Ich glaube, so geht es uns ein. Und viele Menschen, die ich kenne, denen geht es genauso. Es ist eine Hassliebe. Es ist wirklich, es vereinfacht so viel auf der einen Seite. Also für mich als Mann, mir geht es primär natürlich darum, für mich als Mann primär, pauschal, nur um Sex. Nein, das ist natürlich auch Quatsch. So sehe ich das nicht mehr. Aber früher ging es das oft. Ich wollte einfach swipen, attraktive Frau und mit der schlafen. Ja, das Swipen ist ja schon so ein kleiner Ego-Kick. Klar, das ist auch einfach Dopamin-Ausschüttung. Wenn du so ein Match hast, die spielen ja auch damit, die sind ja alle nicht doof. Ja, diese Dynamik hat ja auch ein bisschen was von dem Spiel. Einfach links, links, rechts, rechts. Oh, Match. Zack, weiter. Und ich bin schon so deprimiert. Ich tippe eigentlich immer nur auf rechts. Also ich tippe immer nur aufs Herz. Ich gucke auch gar nicht mehr rauf. Ich will nur ein Match haben. So war das zeitweise mal bei mir. Und das hat mich halt so deprimiert. Also das hat mich irgendwie auch schlecht gefühlt, schlecht fühlen lassen auch. Und mir ging es echt scheiße, weil ich denke, okay, ich kriege kein Match. Ich bin nicht attraktiv. Vorher die Selbstzweifel. Das fördert natürlich auch das, dass man irgendwie dann einen Premium-Account sich holt möglicherweise. Und manchmal hat es auch einfach nicht gut funktioniert. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann funktioniert hat, dann war ich halt super dankbar dafür, weil was ich nicht mache und was ich noch nie gemacht habe, ich spreche halt keine Frauen an. Also ich gehe nicht in den Club und spreche Frauen an. Ich würde nicht auf der Straße eine Frau ansprechen. Und ich finde, so eine Dating-App macht es dir halt einfach, weil du weißt, derjenige oder diejenige, die dir da gegenüber ist, die haben vom Grundsatz geht es uns ähnlich. Wir sind beide möglicherweise Single oder wir suchen zumindest Nähe, Liebe, Zuneigung, Sex, whatever, Geld oder wie auch immer. Und auf der Straße hätte ich dieses, habe ich ein Risiko, wenn ich dich jetzt anspreche und dann denke ich mir, okay, vielleicht hat die Freund oder hat gerade keinen Bock oder will gar keine Beziehung. Und da wüsste ich wenigstens, okay, das passt gleich. Die sucht zumindest auch. Und sie kriegt keinen Korb. Ja, das stimmt. Und ich glaube, der Unterschied ist auch normal. Es ist härter, sich so einen Korb live und direkt abzuholen, anstatt einfach versteckt hinter irgendeinem Profil, wo du zur Not immer noch am Ende des Tages sagen kannst, das war ich gar nicht. Und ich kann löschen. Das war mein Hund. Der ist auf die Tasten gekommen. Eben, und das ist glaube ich das Ding. Nämlich teilweise auch das Gefühl, dass Social Media so völlig dem entgegengesetzten Namen uns eigentlich immer asozialer eher macht. Und dazu gehören für mich auch teilweise Dating-Apps, weil man ja schon dazu sagen muss, dass manche Apps auch mittlerweile so eine große Plattform bieten, dass man da ja auch darüber hinaus drauf interagieren kann. Also ich meine, es gibt ja auch irgendwie Foren, die richtig da drum kreisen. Oder irgendwie Instagram-Feeds, zum Beispiel OKCupid hat komplette Instagram-Seiten als auch Tinder. Dann, wenn du dich bei meinem Joyclub anmeldest, da hast du ganze Plattformen und Foren. Also das ist ja irgendwo schon, das ist ja auch ein Austausch, der da irgendwo entsteht, wo Leute sich treffen, je nachdem, gleichgesinnt oder auch nicht. Aber trotzdem nimmt uns das, finde ich, unglaublich viel im echten Leben. Also so gerade dieses, ich habe das zuletzt immer wieder gemerkt, wenn ich online irgendwie gedatet habe, dass ich dann schon eine krasse Erwartungshaltung im Vorhinein aufgebaut hatte, weil wir irgendwie recht viel geschrieben haben. Dann habe ich mir irgendwie Bilder angeguckt und das Instagram-Profil noch zusätzlich zum Dating-Profil. Und hatte aber bis dato diesen Menschen weder gesehen, noch gerochen, noch gespürt. Geschmeckt. Geschmeckt, eben, wie auch immer. Und das fand ich dann schon irgendwie, das war so oft, dann als dieser Moment kam, wir haben uns im echten Leben das erste Mal getroffen, dass dann so komplett Illusionen und alles zerstört wurden. Und das hat mich dann irgendwann schon fast so ein bisschen entmutigt. Also, dass ich dann auch beim nächsten Match und beim nächsten Mal schreiben irgendwie dachte so von wegen, ach, ganz ehrlich, lohnt sich das jetzt, jetzt gerade von der Couch aufzustehen, mich fertig zu machen und rauszugehen oder ist es eventuell eh wieder nur meine Vorstellung im Kopf, die gleich zerstört wird, weil ich kenne diesen Menschen nun mal einfach nicht. Also zwei Sachen. Zum einen finde ich, es hat schon den Charme und die Romantik genommen, die es früher hatte. Also dieses Abenteuer, dieses Erlebnis, weil das fällt irgendwie weg, dieses Kennenlernen, dieses Begegnen, gucken, ob der andere auch so ein Wipe hat. Stell dir vor, wir treffen uns auf einer Party und da ist jemand und du kommst halt ins Gespräch und weißt gar nicht und guckst dieses Anbundeln und so ist es halt gleich, okay, wir überspringen eigentlich schon zwei, drei Steps, sondern wir treffen uns, weil wir wissen, um was es geht. Man hat ja eigentlich keinen Bezugspunkt. Und es ist nicht mehr dieses Erobern. Eben, weil sonst, wenn man sich zum Beispiel ein zweites Mal trifft, wenn man sich vorher im Club kennengelernt hat, dann hat man ja schon so ein bisschen Bezugspunkte. Und wenn man zum Beispiel über den Abend spricht, an dem man sich getroffen hat, aber dieses, okay, wir schreiben jetzt, vor allem das ist mittlerweile, sorry, aber das ist so ein ätzender Smalltalk geworden, das ist wirklich gefühlt wie Lebenslauf runterrattern. Und was machst du so? Okay, und wie sind deine Pläne für demnächst? Wonach bist du auf der Suche? Ja, genau, diese Frage ist ja eh, ich glaube, die wird überall besprochen. Ich glaube, die wird überall besprochen. Lass doch einfach treffen und das rauskriegen, weil ich finde es auch teilweise verschwendete Energie, wenn man im Vorhinein schon viel zu viel von sich erzählt und Preis gibt und dann merkt man vielleicht beim Treffen, krass, dieser Mensch, das ist jetzt ein hartes Wort, das ist nicht gemeint, aber im übertragenen Sinne, der wäre es eigentlich gar nicht wert gewesen, dass ich da so viel Zeit rein investiere und Output und sonst was und dabei connecten wir gar nicht. Ich hatte zum Beispiel einmal ein Date, das fand ich auch krass. Wir hatten, genau, weil ich war reisen und danach war er reisen, das heißt, unser Kontakt hatte sich das erste halbe Jahr wirklich nur auf Schreiben fokussiert und wir haben unglaublich viel geschrieben, weil wir dachten, wir hatten eine supergeile Wellenlänge und ungelogen, Ben, wir haben uns getroffen, der stand vor meiner Tür, ich habe die Tür aufgemacht und ich wusste im ersten Moment, fuck, never, also wirklich, das war wirklich richtig unangenehm, dieses Treffen, also dass ich echt so, während der war irgendwie eine Stunde bei mir, wir haben eine Stunde geredet und ich habe die ganze Zeit eine Stunde im Hinterkopf gedacht, okay, und wann finde ich jetzt den Absprung und wann bringe ich jetzt den Satz, dass wir das jetzt hier beenden und für ihn war das halt so, dieses, boah, krass, ich kenne die schon voll gut, wir haben ein halbes Jahr so viel geschrieben, ich weiß, was sie die letzten Monate gemacht hat und das fand ich, boah, grausam, da hat er Realität und ja, Vorstellungen oder lustig, ich glaube, wir sind da unterschiedlich, ich hatte das auch ein, zwei Mal und ich habe es halt eiskalt durchgezogen, weil ich halt Sex wollte und du warst halt so krass und hast gesagt, nee, sorry, aber es ist besser möglicherweise. Besser kein Sex als schlechten Sex, aber ich glaube, bei euch Männern ist das manchmal anders. Ich glaube es leider auch, ich spreche jetzt natürlich nur für mich, ja und ich glaube, es ist halt auch, du hast halt auch die Möglichkeit, einfach weiter zu swipen und dann hast du das nächste Match und den nächsten Treffer und dann ist halt wieder die gleiche Leier zwar, aber dann ist der andere halt schnell vergessen, ich meine, ich kann mich an kein einziges Match erinnern, was ich auf Tinder hatte, was dann halt, also die bleiben ja nicht im Gedächtnis. Deine Freund? Ja, also im Sinne von, dass das irgendwie nachhaltig ist, so wenn ich mal wirklich ein Date hatte oder so ein längeres Anband, denn daran erinnere ich mich noch, aber auch so Tinder, das ist halt so schnelllebig auch, wie unsere ganze Gesellschaft aktuell, das ist halt einfach und deswegen nehmen wir es vielleicht auch zu leicht und vergessen auch irgendwie die Ernsthaftigkeit oder die Gefühle, die dadurch gar nicht mehr zugelassen werden oder diese ganze romantische Stimmung und dieses schöne Erlebnis, was da einfach früher irgendwie dabei war oder wenn man so richtig mit jemandem anbandet, jemandem was Neues kennenlernt. Und ja, widerspreche ich auch teilweise. Ich muss sagen, also ich habe schon einige Menschen auch nach wie vor in meinem Umfeld, die ich über Dating-Apps kennengelernt habe und das sind jetzt nicht irgendwie, also wie gesagt, mit meinem Ex-Freund bin ich jetzt nicht mehr zusammen, aber ich habe noch manche Affären, die mittlerweile, wie gesagt, sehr gute Freunde oder Freundinnen geworden sind und auch echt auch so wirklich geile Menschen kennengelernt haben. Und ich dachte, krass, an für sich wüsste ich gar nicht, wo sich unsere Wege jetzt so direkt geschnitten hätten und ich bin einfach super froh über diese Inspirationen, die ich auch von denen bekommen habe. Ich glaube, das Problem ist einfach eher, dass wenn wir von vornherein schon zu diesen Treffen gehen, dachte man, okay, da muss jetzt heute was laufen und im besten Fall landen wir heute Abend im Bett oder beim zweiten Date, aber das ist ja hier schon darauf aus, dass sich irgendwie was entwickelt. Und ich sage mir halt mittlerweile von vornherein so, ey, ich treffe jetzt gleich diesen Menschen, aber an für sich weiß ich überhaupt nicht, wer das ist. Also ich hatte es auch zum Beispiel schon oft genug, dass ich hinterher herausgestellt habe, das war überhaupt nicht der richtige Name, einfach nur Dating-Profil-Name, weil wollte nicht aufgrund von Arbeit etc. direkt erkannt werden. Whatever. Kann ja jeder machen, wie er mag. Und dass ich einfach mittlerweile völlig erwartungsfrei dahin gehe und dann gucke ich halt das, was ich im ersten Moment fühle und da lasse ich mich dann drauf ein. Wenn ich dann bei dem Date auf einmal merke, krass, in den könnte ich mich verlieben oder sie könnte eher meine beste Freundin werden, dann lasse ich das halt auch in dem Moment zu, anstatt mir von vornherein schon vorzustellen, das läuft jetzt so und so, weil ich einfach gemerkt habe, das bringt halt überhaupt nichts. Und solange man sich einfach nur dieses Motto im Kopf setzt, jede Begegnung hat seine eigene Magie, dann finde ich Dating-Apps eigentlich echt eine tolle Sache und eine schöne Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, denen man sonst vielleicht auch sogar gar nicht im Alltag unbedingt begegnen würde. Ich finde das richtig gut, was du gesagt hast und ich glaube, wir müssen halt einfach die Erwartungshaltung daran komplett verändern und sollten wir möglicherweise auch. Weil wie oft, also letztens ist uns das passiert, das war mit meiner Freundin und wir hatten Besuch von jemandem, mit der ich eine Fortbildung mache und wir haben dann noch abends zusammen gegessen und hatten uns dann halt so, hatten danach dann drüber gesprochen und wir meinten so, ja auf der Straße oder bei Tinder oder wie auch immer, hätten wir die nie angesprochen. Oder wäre die uns nie irgendwie ins Auge gefallen oder gesagt, guck mal, lass mal mit dir irgendwas starten. Aber dadurch, dass wir sie erlebt haben und mit ihr interagiert haben und so einen schönen Abend hatten, ist da schon ein Gefühl aufgekommen und es war uns sehr herzlich und sehr warm und war schön und angenehm. Und das wäre halt durch die App nie passiert. Niemals. Und das ist mir schon oft passiert, dass ich Menschen kennengelernt habe, eben auf der Arbeit oder im Freundeskreis dann. Oder ja, wo man so Leute kennenlernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das macht. Er ist auch gerade eh egal. Ja, er ist gerade eh ein bisschen doof. Aber weißt du, da sind Menschen oder Verbindungen entstanden, die wahnsinnig schön sind. Und das wäre mir nie passiert mit dieser oberflächlichen App, weil da geht es halt erstmal nur nach Aussehen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig oder gut und das finde ich bei Orki Cupid zum Beispiel besser oder bei ein paar anderen Apps möglicherweise auch, dass du da mehr erfährst zum einen über die Person und ich gehe oft dann nicht mehr über das Äußere, über das Aussehen, das sollte man eigentlich nicht tun. Obwohl, das ist auch Quatsch, da müssen wir mal ehrlich sein. Ich meine, wenn ich jemanden irgendwie nicht optisch irgendwie anziehen finde oder mich da irgendwas nicht irgendwie, ich da irgendwas nicht reizvoll finde, dann ist es ja auch okay und dann ist es ja auch nicht schlimm und dann muss ich mit der Person ja auch nicht. Und wenn ich nach Sex suche, dann gucke ich natürlich erstmal auf das Äußere Scheinungsbild. Und das ist auch in Ordnung, verdammt. Ja, das darf man auch mal ab und zu sagen. Das dürfen wir jetzt auch mal sagen. Und da ist es mir aber schon oft aufgefallen, dass es mir dann um die Interessen ging und um so ein paar Ansichten, die ich halt auch dann, wenn ich weiß, ich ja eine Person kenne und die ist mir nah, die finde ich dann anziehend und erotisch wirklich. Also ich habe so immer dieses Beispiel, wenn ich da so, oh jetzt würde ich, jetzt ist richtig Klischee. Cindy aus Hellersdorf, die zwar geil aussieht, wo ich mir denke, boah, die würde ich gerne mal, darf ich das sagen? Ja, ich sage es einfach, ihr wisst, was ich meine. Und dann ist die aber echt irgendwie, wo ich mir denke, boah, nee, okay, sorry. Aber das ist dann so. Und dann merke ich halt, komm, lass stecken. Oder eben nicht reinstecken. Aber ja, das ist... Lass mal nichts sagen. Genau, also könnte ich auch keinen Sex haben. Silent Sex. Oh, Silent Sex. Höchstens mit einem Knebel im Mund. Okay, ja, wir schweifen ab. Und was ist damit? Ja, wie auch immer. Also von daher ist, glaube ich, die Idee, man sollte da mehr zulassen, ja. Und man sollte eben, ich finde auch ganz schlimm, diesen Smalltalk und diesen Einstieg, ich glaube, der macht es jedem schwer. Und dieses, wir sollten aber vielleicht offener und ehrlicher sein, das hilft, glaube ich, auch. Eben, das ist halt das Ding. Ich meine, im Endeffekt kann man jetzt auch nicht diese ganzen Apps oder das Online-Dating an für sich verfluchen, weil du bist immer noch dafür verantwortlich, wie du damit umgehst. Und ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel auch, fahre ich einfach mittlerweile die Schiene, dass ich auf diesen Smalltalk einfach gänzlich verzichte. Also, dass ich wirklich, sobald mein Gegenüber anfängt, mir so diese typischen Fragen zu stellen, dass ich da einfach richtig dreist gar nicht drauf eingehe oder halt einfach irgendwas völlig anderes in den Raum werfe, einfach nur, um da so von abzulenken. Und dann merkt mein Gegenüber aber auch meistens schon so, ah, okay, krass, so hier läuft das jetzt irgendwie ein bisschen anders und schon entwickelt sich auch eine ganz andere Dynamik. Und ich meine, klar, was wir natürlich niemals hinkriegen würden, dass, ich glaube nicht, das Online-Dating irgendwie mit analogen Dating gleichziehen kann. Nein, weil du eben immer noch im Hinterkopf, also weil da immer noch was ist, das ist für dich einfach, das ist was anderes, ja. Ja, wie wir das eigentlich gerade schon so zusammengefasst haben, einfach diese Magie ist irgendwie weg. Das Treffen wirkt einfach viel geplanter von vornherein. Es besteht viel mehr Druck und es sind viel zu viele Erwartungen, die enttäuscht werden können. Es ist, glaube ich, wie unsere Welt einfach schon, die ist konzentrierter auf ein gewisses Ziel. Ne, die hat nicht mehr die offenen Möglichkeiten, sondern wir sind schon irgendwie so getrichtert, ne. Es geht jetzt, wir können alles andere wegschmeißen, Freundschaft ist nicht drin, irgendwie irgendein nettes Treffen ist nicht drin. Ja, so diese Weckwerfkultur. Genau, sondern es ist eigentlich zentriert wie so ein Trichter, ne, es ist zentriert und es geht eigentlich nur noch irgendwie ums Vögeln oder ums, ja, da geht es ja halt oft rum. Und das andere, was da noch so viel Schönes passieren kann und sein kann, das haben wir sozusagen schon ausgeschlossen, möglicherweise, weißt du. Also ich gebe dem gar nicht den Raum oder die Zeit oder die Möglichkeit, da irgendwas entstehen zu lassen, was auch immer es wird. Eben wie du gesagt hast, vielleicht eine tolle Freundschaft oder vielleicht irgendjemand, mit dem man jetzt mal irgendwie geil in die Berge gehen kann, um zu wandern. Oder man irgendein Hobby hat, was mit der Person halt einfach cool ist, was ich jetzt nicht mit anderen machen kann, sondern, na, das nehme ich alles schon weg, weil es nur ums Vögeln geht. Eben, oder was ich zum Beispiel auch ganz traurig finde, man darf ja nicht vergessen, im Endeffekt, zwischenmenschliche Beziehungen, die wachsen ja auch irgendwo durch Reibung oder man lernt voneinander, weil man zum Beispiel unterschiedlich ist. Entschuldigung. Nicht die Reibung, aber ja. Und bestes Beispiel, wenn du auf Dating-Apps angezeigt bekommst, zu wie viel Prozent du das perfekte Match mit deinem Gegenüber bist. Genau, das ist dann auch schon dieses, ah, treffe ich mich jetzt mit 98 Prozent oder mit 75 Prozent? Mit 98 natürlich. Genau. Ja, okay, wenn der Algorithmus das sagt, dann gehe ich da hin, bin aber nicht 98 Prozent zufrieden, dementsprechend dann abgefuckt, weil, hö, wie kann das denn sein? Aber hab mir vielleicht die Chance nehmen lassen, jemanden kennenzulernen, der ein bisschen andere Ansichten hat, die sich aber eventuell supergeil mit meinen ergänzen. Also ich finde halt, Dating-Apps nehmen dir sehr viel die Möglichkeit, persönlich über dich hinauszuwachsen oder dich weiterzuentwickeln, aber gleichzeitig, und das ist irgendwo wieder paradox, das hatte ich auch mal in einem Buch gelesen, das fand ich ganz spannend, was man natürlich nicht vergessen darf, wenn man viel irgendwie online datet, sich viel immer wieder mit komplett fremden Menschen konfrontiert, weil das ist natürlich auch eine Sache, die, ja, das ist jetzt nicht unbedingt typisches Alltagsgeschehen, ne? Also wenn ich mit meinen, ja, wenn ich mit meinen früheren, weiß ich nicht, Schulkollegen spreche oder so, die haben damit gar nichts am Hut, die kommen alle aus dem kleinen Dorf, aus der Kleinstadt, wenn ich denen sowas erzähle, ich treffe random Menschen zum Sex irgendwo und gucke mir mich immer an, ach, was geht mit dir, bist du gestört? Ja, ist alles okay. Eben, ne? So hast du keine Angst und da habe ich mal so einen geilen Satz gelesen, so, wer viel fickt, oder kann es auch durch Dating ersetzen. Fängt schon mal gut an, ja, also ich finde den Satz ist mir schon mal grundlegend sympathisch. Na, so, wer viel fickt, hinterfragt sich selber. Das fand ich nämlich auch ganz geil, weil du kriegst natürlich auch durch dieses Dating-App, den kriegst du unglaublich viele Spiegel ständig vorgehalten, ne? Weil du ja mit völlig random Menschen zusammengebracht wirst und von daher auf eine gewisse Art und Weise kann dich das auch weiterbringen, auch wenn es dich wahrscheinlich eher ein bisschen abstumpfen lässt und die Schönheit von vielen Dingen nicht mehr erkennen lässt, weil ja, vielleicht ist da noch ein anderes Match, das besser matcht. Was auch irgendwie wichtig ist oder was wir uns auch bewusst machen müssen ist, was wollen wir denn da erstmal zunächst, wenn wir so ein Profil erstellen, also erstmal noch anders, wenn wir so ein Profil erstellen, na, das ist ja erstmal die Außenwirkung, die wichtig ist, sprich, ich will dir zeigen, wie toll ich bin, ne? Und das ist doch schon mal, also ich finde diese Erkenntnis irgendwie, diese Person da drüben will nur das Beste erstmal von sich zeigen, weil ich zeige doch keine Abfuckfotos von mir, wo ich mich selbst nicht schön finde und selbst nicht toll finde und ich schreibe auch nur die schönen Sachen, ich bin Veganer, bin gern draußen, mache viel Sport und ich schreibe nicht, ich sitze aber auch gerne mal voll auf der Couch und spiele mir an meinem Penis rum und packe irgendwie in die Chipspackung und bin fett und hässlich gerne. Wobei, da gibt es ja mittlerweile schon so eine Gegenbewegung, viele Mädels, die wirklich bewusst Bilder von sich posten. Aber das finde ich nämlich gut. Ich auch, das sind auch immer die, die ich als erstes matche, weil ich mir denke, boah geil, du wirkst irgendwie so richtig echt und authentisch, weil du hast nicht das Bild. Und das fehlt nämlich, das ist authentisch sein und ich meine, das ist doch der, wenn wir jetzt mal das Spiel weiterspielen und ich denke mir wirklich, okay, ich will eine Dating-App und ich will jemanden kennenlernen, mit dem ich eine Beziehung habe und irgendwie, den ich heiraten will, Kinder und whatever. Gibt es ja, gibt wirklich Menschen, die das wollen. Lustigerweise 80% der Frauen und nur 10% der Männer, also könnt ihr euch kurz ausrechnen, wie die Divergenz da ist. Die anderen, nee, 10% der Männer wollen eine Beziehung, 80% der Frauen wollen eine Beziehung, also 90% der Männer wollen nur ficken und 20% der Frauen auch. Jetzt die Schnittmenge ist nicht viel. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn ich da jemanden suche, was langfristig ist, was nachhaltig ist, ich mag übrigens dieses Wort, was du mir da mal beigebracht hast, über Liebe, Sex und Leidenschaft. Wenn man da was nachhaltiges will, hey, dann bringt das doch nichts, wenn ich dem erstmal die schöne Welt davor gaukel und in fünf Jahren stelle ich fest, okay, was sind eigentlich seine Marotten? Ja, vor allem schön. Ich weiß, so funktioniert das, aber das funktioniert halt nachhaltig nicht, meines Erachtens. Eben, und Schönmalerei gibt es halt auch genug auf Instagram. Boah, das ist so ein bisschen dieser, dann kann ich mir doch die App angucken. Kann ich auch Instagram suchen. Eben, und ich will ja auch nicht unbedingt den Typen beispielsweise, der den ganzen Tag im Fitnessstudio vor der Handelbank steht und dann abends zu Hause vor dem Spiegel, um dann in sein teures blitzblank geputztes Auto einzusteigen. Sorry, aber das sind 80% aller Profile auf Dating-Plattformen. Und dann keinen mehr hochkriegt, weil er hat ja so viel geleistet, schon den ganzen Tag. Ja, und das war jetzt der kleine, vielleicht ein bisschen neidische Kommentar vom Ben da hinten noch rein, gegen diese Koffermann. Nein, ich hätte auch keinen so einen Körper, aber warum hätte ich den gern? Das ist die andere Frage, aber wie auch immer. Ach, ich glaube, du hast so einen Körper. Ich sehe zwar nur deine Arme von mir, aber... Soll ich mal anspannen? Okay, bevor wir jetzt auch zu viel, zu weit abschneifen und zu viel an der Flasche spielen. Genau, nein, ich würde mal sagen, ja, jetzt haben wir uns genug über Online-Dating und alles ausgelassen. Wie gesagt, ist eine tolle Sache, schöne Möglichkeit, gerade auch in neuen Städten irgendwie neue Menschen kennenzulernen. Kleiner Fun-Fact, ich war viel in Spanien unterwegs, dort wird Tinder zum Beispiel aus, nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil für Couch-Surfing benutzt. Das fände ich wirklich super praktisch. Ist super praktisch, genau, du darfst halt nicht vergessen, es ist eine Plattform mit vielen Nutzern, mit super viel Reichweite, genauso wie es dort auch getarnte Eskort-Damen gibt, auch schon mitgekriegt und dann ganz viele Masseure, Masseurinnen, die da irgendwie halt quasi ein paar Leute suchen, die sie massieren können, die auch direkt reinschreiben, so hey, keine Sorge, ich will weder Geld noch Sex, ich möchte einfach nur ein bisschen hier meinen Workshop vertiefen und ich liebe es, an Menschen rumzukneten, das entspannt mich. Also wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt, auch nicht auf Online-Dating-Plattformen und deswegen, vielleicht habt ihr ja ein paar lustige Geschichten, Erfahrungen, Erlebnisse, was auch immer, was euch da alles schon so zugestoßen ist oder vielleicht habt ihr auch noch ein paar Fragen. Entschuldigung, heute ist so viel Kaffee. Genau, schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.eis.de oder schreibt uns auf Instagram auf eis.de, da könnt ihr uns auch direkt einfach eine Nachricht schicken und ganz wichtig, glaube ich, hinterfragt, wie ihr so eine App nutzt und wie eure Erwartungshaltung dahinter ist oder was ihr da eigentlich wollt. Eben und die App, die kann auch am Ende nichts für eure enttäuschten Erwartungen, weil die macht den nur selber und das Nutzerverhalten, das liegt auch allein bei euch und das ist eigentlich auch motivierend. Von daher, so Spaß ist, was ihr draus macht im Endeffekt. Ja, Spaß ist, was ihr draus macht. Das finde ich gut. Ja. Finde ich einen toller Abschlusssatz. Alles klar, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja, bis dann. Tschüss.